Die haben mir sogar den Seelenfels hier weggenommen. Mein Burgen für die Rune. Ja, hier stimmt die Reihenfolge auch nicht ganz. Wir sehen bald den Drakon nicht mehr, was auch nicht so schön ist. Vorwärts, Schwestern. Oh, das Tor ist aufgegangen? Okay, jetzt sollte ich mit meinen... Hey, ihr muss das Gebot der Stunde nutzen und das Gebiet hier noch clearn. Da kommen sie wieder. Feinde! Zu den Bögen! Elends Segen! Wir sind in Gefahr! Hier. Auf mein Kommando. Und los! Auf mein Zeichen! Schnell! Versuch's nur! Hinterhalt! Okay, mit unseren Helden sind wir stark genug. Mir nach! Zurück, lass sie die Festung blündern! Komm hierher rauf! Schnell! Verwärts! 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 Okay, da gehen wir mal zu Lena. zu befehl unverzüglich wer die mal hier weiter geht gucken ob es verstanden zu befehl feuer in der stadt geht so wartet freund worauf wartet ihr der weg ins eis ist verschlossen verflucht seien die elfen und ihre tore was tun wir jetzt jemand aus der feste muss es doch öffnen können nein die schlüssel bewahrerin der feste ist gefallen es gibt aber noch einen außenposten der winterwacht einige meilen westlich von hier dort gibt es eine weitere schlüssel bewahrerin genau was wir jetzt brauchen noch mehr verzögerungen also gut bleib hier bei den flüchtlingen ich werde nach der zweiten bewahrerin suchen nimm ein paar leute der winterwacht mit diese berge sind auch ohne die imperialen gefährlich oh ja sie setzen uns nach übernimm das kommando über die verbliebenen elfen versuche ihren angriff abzuwehren ok auf meinen befehl schnell in der stadt stehe bereit wird sofort ausgeführt zu befehl ja hier hier die rohne ruft bereit mir nach ok und los da kommt dracon arach ich bin das ist ein hinterhalt das ist ein hinterhalt ich bin ich bin ich bin ich bin ausgeführt greift sie an so nicht nach da hinten jetzt schicken was wir auf dem weg alles klar und ja was sagt das questlock die schüsse bewahrende fest ist gefallen das tor in dem berg kann nicht geöffnet werden begegnet zum aus dem westen des gebirges und bringt die dortige schüsse bewahrerin nach osten zum tor kann sich einfach den schlüssel geben und ja hinter der schlüssel bewahrern ist noch die sollten wir wahrscheinlich plündern bevor wir mit ihr reden ich hoffe mal aus diesen blöden dieren kommen die gleich noch mal diese wolf dinger da möchte gern werwolf werwölfe diese nämlich etwas stressig wer seid ihr wir haben kampflärm gehört jemand muss das tor zum berg öffnen schnell ihr erteilt hier keine befehle runenknecht wenige meilen von hier kämpft eine gruppe von flüchtlingen um ihr leben mit dem rücken zu eurem vermalledeiten tor die imperialen rücken aus dem sumpfland herauf und ihr habt nichts besseres zu tun als mich zu beleidigen es gibt nicht einfach einen schlüssel für dieses tor wenn es geöffnet werden soll muss eine von uns mit euch kommen dann kommt wir haben keine zeit zu verlieren wohl an denn geht voran auch wieder imperiale und noch mehr truppen für uns zu befehl und verzüglich unsere stadt wird angegriffen wird krieger ja mit dem paar einfacheren gegnern sollten wir sondern unsere heroes reichen eigentlich feindlicher angriff zu befehl schickt sie zum seelenfluss und ich habe jetzt drei kommandantinnen das sind sogar die hier bogen meiden zwei kämpferinnen novizinnen und gehilfinnen ok ich komme mit der schlüsselwahrerin ja die schlüsselbewahrerin der grenzweste ist gefallen ich hole die andere gerade ja gut bei ihrer schule der alten ganz ehrlich sollten das ist übrigens das naja sollten die elfen hier nicht eigentlich auch sich zurückziehen hinter das tor und wir das tor hinter uns verschließen das wäre das sicherste eigentlich das ist das erste was ich sagen wollte und zweitens diese winterwacht bewahrerin sind ja eigentlich nur ein whisky der elfen arbeiterinnen nur dass die fette geulen haben was überhaupt nicht zu ihnen passt dafür sehen die winterwacht meisterschütze in den zivikbädern aus was wünscht die rune auf dem weg was wünscht ihr öffnet das tor schnell so soll es sein viel glück für euch und eure leute ich danke euch nun rasch ja folgt lena zu garnison auf dem berg zu euren die alles klar wird sofort ausgeführt auf mein kommand sofort auf dem weg unverzüglich da ist eigentlich nichts starkes dabei das sollten meine was wünscht die rune ausgeführt unverzüglich so fort so fort die rune ausgeführt hier nicht die spawnen hier die nehmen irgendwelche geheimen ab stehe bereit die rune ruft ja und los fahrt nicht doch feindlicher angriff das bereust du stehe bereit verstanden schlagt sie zurück für das licht schlagt sie sind überall bereit folgt mir feindlicher angriff schlagt sie schlagt sie